Ja, hallo und wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge Tresentalk. Zoe, die CTM, also die Club Transmediale, die ist ja gerade im vollen Gang. Das Format feiert sein 25-jähriges Jubiläum, also eine Veranstaltung, die fast so alt ist wie du. Noch bis zum Sonntag, Ende dieser Woche, habt ihr die Chance, in unterschiedlichen Locations ein bisschen elektronische Musikkultur live mitzuerleben. Ich bin ja eigentlich Fan davon, habe es aber dieses Jahr nicht so wirklich viel auf Ausstellungen geschafft. Wir waren letztes Jahr da und haben uns die große Orgel angeschaut, das war super interessant. Es gab ja auch einige Debatten um die CTM dieses Jahr. Wer sich das Ganze aber nochmal live reinziehen soll, möchte, hat bis zum Ende dieser Woche Zeit. Zu den Debatten kommen wir ja später, aber erstmal zu den Veranstaltungsorten. Die sind ja so advongradistisch, ja, das ist ein schwieriges Wort, wie die CTM selbst. Und also das Überthema in diesem Jahr, das ist ja Sustain. Und ich finde, das ist meiner Meinung nach auch irgendwie ein bisschen so ein inflationär verwendetes Wort. Aber klar, Erhalt ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Wert in dieser Stunde. Das ist ja auch immer so ein bisschen das Spannungsfeld zwischen Erhalt und Wandel und wie man da so eine gesunde Symbiose vielleicht auch schaffen kann, wie man das Ganze miteinander in Einklang bringt. Mit der Ausgabe in diesem Jahr fragt das CTM Festival auf jeden Fall, was wäre denn, wenn Sustain ein Sound wäre? Also wie würde das klingen? Welche Musik würde daraus entstehen? Und ihr merkt vielleicht, das ist alles auch echt irgendwie verkopft. Die Ausgabe, die präsentiert eine ja sehr vielschächtige Mischung aus so einer einfühlsamen, nachdenklichen, aber auch teilweise echt ein bisschen verstörenden Soundwelt. Und es sind wieder KünstlerInnen dabei, die man sehr häufig auf der CTM sieht, aber es sind auch neue KünstlerInnen dabei. Und wen das Thema jetzt anspricht, bis Sonntag kann man sich das Programm angucken. Und eins der Highlight, das findet direkt heute Abend statt. Heute Abend, also Freitag, der zweite Februar, denn da bespielt das Cash-Kollektiv die Säule im Berghain. Die Groove hat zu der ganzen CTM-Thematik, wir haben ja in der letzten Folge schon ein bisschen über die aktuelle Debatte gesprochen, einen schönen Artikel veröffentlicht, beziehungsweise Ben Robin König. Dann nochmal Komplimente an den Kollegen. Und zwar ist gerade eine Aussage so ein bisschen im Kopf geblieben, und zwar während dieser ganzen Debatte um Palästina und Israel und den Konflikt in Gaza, ist es natürlich so, dass gerade ein ausgedünntes Line-Up von der CTM oder KünstlerInnen, die davon zurücktreten, am Ende natürlich auch eine kulturelle Lücke hinterlassen und am Ende ein Line-Up weniger divers, mit weniger Vielfalt dasteht. Und das natürlich gerade den Communities oder der schwarzen Community am Ende Repräsentation nimmt. Und das ist natürlich was, was ich eigentlich einen ganz schönen finalen Gedanken davon fand. Und damit will ich jetzt nicht sagen, man darf nicht bestreiken, was man bestreiken möchte. Aber ich finde natürlich gerade so CTM oder solche Festivals sind ja auch Diskursräume und Repräsentationsräume. Und wenn man die auszunebt, bleibt natürlich auch immer nicht mehr so viel davon übrig. Ja, total. Obwohl ich natürlich auch das Spannungsfeld verstehen kann, wie ist die Herausforderung, dass die Leute einem nicht abspringen, dass sie bei einem bleiben und dass man ihnen die Plattformen bieten kann, weil die Leute sind ja abgesprungen und da kannst du ja irgendwie nicht mit dem Lasso einfangen. Aber ja, auf jeden Fall ein super spannender Input, definitiv. Kommen wir jetzt aber von den Herausforderungen der CTM zur existenzielleren Herausforderung. Just Music, dieses Musikgeschäft hier am Moritzplatz in Kreuzberg. Das war eines der größten Musikgeschäfte in Europa und das schließt jetzt laut einem Tagesspiegelbericht. Wann ist noch nicht ganz klar. Aber ist ja auch nicht der Einzige, der so ein bisschen insolvent angemeldet hat. Auch das KDW hat ja da irgendwie Schlagzeilen gemacht in den letzten Tagen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich kann mich überhaupt gar nicht mehr daran erinnern, wann sich Clubkultur und Nachtwirtschaft mal nicht mehr in einer existenziell prekären Lage befunden haben. Ich weiß nicht, vor Corona vielleicht. Geldprobleme, die gibt es nicht nur hierzulande. Das ist ja so ein bisschen ein thematischer Evergreen neben der Live-Initiative Sachsen, deren Forderung nach finanzieller Unterstützung ja nicht zuletzt durch den Groove-Artikel ein bisschen mediale Aufmerksamkeit auch erlangt hat. Neben dieser Initiative kündigte auch ein Nachtclubbetreibender aus England an, das ja gleich 35 Clubs schließen möchte. Das ist a lot. Und das eben aufgrund von höheren Betriebskosten, also höhere Energiepreise, steigende Personalkosten und das Publikum bleibt weg, weil das ja eben auch weniger Geld zum Feiern zur Verfügung hat. Und jetzt könnte man vielleicht denken, die kommen zurück, wenn der Mindestlohn steigt. Aber man muss ja eben auch sehen, wenn der Mindestlohn steigt, dann steigen ja auch wieder die Personalkosten eines Clubs. Und hier haben wir so ein bisschen so eine Eskalationsspirale, die irgendwie nur nach unten zu führen scheint. Nicht nur in England. Ja, ich glaube, das ist irgendwie ein Lied, was wir gefühlt jede zweite Woche singen. Inflation, steigende Preise, fehlende Besucher in Zahlen, Clubs leiden, leiden, leiden. Generell, die Welt leidet natürlich unter dem steigenden Finanzdruck. Ja, definitiv. Wir haben deshalb jetzt mal eine Anfrage gestellt an die Live Music. Komm, willst du kurz erklären, was das ist? Das ist sowas wie die Club-Kommission auf Bundesebene, habe ich gelernt. Hast du gelernt. Und genau, der haben wir eine Anfrage geschickt und die haben gesagt, zu den Fragen, die wir eigentlich von denen wissen wollten, Mensch, wie sieht es denn so im bundesweiten, wie steht es denn um die Clubs, nicht nur in Berlin, sondern komplett um Deutschland, nicht nur in Sachsen, haben die gesagt, Mensch, da haben wir eine Mitgliederumfrage gemacht, die kurze, sehr kurze Aussage dazu ist, in den Clubs herrscht natürlich akuter Handlungsbedarf aufgrund von eben steigenden Kosten und dem Schwund vom Publikum. Es bedarf aber auch eigentlich Weiterbildung. Ja, es sind Themen, nicht nur im Awareness-Bereich, insbesondere aber auch im Bereich Ökologie und Nachhaltigkeit. Und nicht nur bei Clubs, sondern auch bei Festivals. Da gibt es große Planungsunsicherheiten dadurch, dass die Gäste immer wegbleiben und man weiß eigentlich auch gar nicht, wie viel Budget man am Ende des Tages zur Verfügung hat, um seine Veranstaltung eben finanziell tragbar zu machen. Und deshalb sind nicht nur Clubs gefährdet, sondern eben auch unsere Festivallandschaft. Und hier fehlen dann auch passende Förderprogramme. Das belastet zusätzlich. In Berlin sind die Förderungen nicht ganz so schlecht. Der Rest Deutschlands hat nicht dieses Vergnügen, sage ich jetzt mal. Und so kämpfen Clubs halt gerade im Rest Deutschlands um gesetzliche Regelungen, nicht nur den Schallschutz betreffen, sondern halt auch im Raum Verfügbarkeit. Und wer sich dafür interessiert, der findet auf den Webseiten Clubs are Club Culture und auch der Initiative der Live.com findet da die ganze Studie. Ja, kommen wir jetzt von den Clubs selbst zum Geschehen in Clubs und um sie herum. Und zwar so ein Thema, was jetzt gerade in den letzten 48 Stunden mal wieder durch die sozialen Medien gepeitscht wurde und mit Fentanyl zu tun hat. Ja, Berlin, die Berliner Club-Welt, die hat es so ein bisschen im Aufruhr. Im Aufruhr, tatsächlich. Ich würde es Hysterie nennen. Ja, es hat zumindest, es geht in die Richtung, würde ich sagen. Es werden auf jeden Fall Tweets oder nicht wirklich auch zuortenbare Kommentare, Nachrichten irgendwie wild geteilt, die mit Fentanyl oder beziehungsweise mit Partydrogen, die mit Fentanyl gestreckt oder kontaminiert sind, zu tun haben und sich jetzt gegenseitig darüber gewarnt wird. Man sollte doch bitte unbedingt aufpassen, gegebenenfalls seine Substanzen mit Schnelltests bearbeiten und im besten Fall auch noch ein Antidote-Mittel dabei haben, damit man da vielleicht passiert, dass es sofort endlich gegenwirken kann. Wir haben euch gehört da draußen und deswegen wollen wir jetzt ganz ruhig und sachlich an diese Thematik rangehen. Mir gegenüber sitzt jetzt meine liebe, liebste Safe-for-Use-Expertin Andrea aus dem Nachtschatten-Podcast. Wir haben ja öfter das Vergnügen. Heute ist es weniger ein Vergnügen. Heute ist es so ein bisschen, ich habe es schon zur Zoe gesagt, es ist eine Hysterie, die durch die Stadt geht. Oder wie empfindest du das? Ja, auf jeden Fall. Das Thema kursiert ja schon eigentlich seit Ende letzten Jahres so ein bisschen in der Partyszene. Aber jetzt in den letzten Tagen hat es halt nochmal so richtig Fahrtwind aufgenommen. Und ich habe die letzten Tage auf jeden Fall relativ viel Zeit mit diesem Thema verbracht, um halt erfahrungswerte Daten einzusammeln, ein paar Studien zu lesen, damit wir halt wirklich möglichst schnell Orientierung bieten können. Jetzt wollen wir gar nicht so dieses Narrativ nochmal wiederholen, was jetzt vorgefallen ist, um diese Hysterie auch nicht zu reproduzieren. Ich will dich jetzt einfach mal fragen, vor welchen Herausforderungen stehst du gerade bei deiner Prävention beziehungsweise bei deiner Arbeit überhaupt? Das ist jetzt nicht nur für mich herausfordernd. Ich glaube, für alle vor Ort arbeitenden Projekte, die wir hier in Berlin haben, müssen wir ja erstmal eine Übersicht in eine total unübersichtliche Situation herstellen können. Das heißt, Daten erstmal irgendwie zusammentragen, Erfahrungsberichte mit Leuten austauschen, die das wirklich einschätzen können, Quellen irgendwie checken, um dann dann tatsächlich hilfreiche Tipps rauszugeben oder auch sogar die Situation einschätzen zu können. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie beim Phänomen Needle Spiking vor ein paar Jahren, was ja dann im Sommer auf jeden Fall so richtig explodiert ist, wo keiner am Anfang so genau wusste, was ist denn jetzt eigentlich die konkrete Situation, was genau ist passiert und genau an diesem Punkt befinden wir uns jetzt tatsächlich. Jetzt wäre natürlich meine wichtigste Frage, was denkst du denn, wie es zu den Gerüchten gekommen ist? Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht ganz genau. Es gibt so ein paar Vermutungen, die sich also aus dem Austausch einfach ergeben haben. Austausch mit Leuten, die in der Nachtarbeit arbeiten, die in der Vorortarbeit tätig sind, die beispielsweise Informationsstände machen oder auch Psycare. Und dort konnte ich so ein bisschen einsammeln, dass seit ungefähr drei bis vier Monaten verstärkt Touristinnen aus den USA oder auch Experts aus den USA ganz gezielt immer wieder nach Fentanyl-Teststreifen fragen, weil es ja dort eine ganz andere Situation gibt. Wir wissen, in Kanada, USA gibt es die Opiatkrise, ganz große Probleme, vor allen Dingen auch mittlerweile mit Fentanyl in der offenen Heroin-Szene. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass dieses Narrativ natürlich dann mitgenommen wird und dass die Leute natürlich auch hier sicher gehen wollen, dass ihre Substanzen eine gute Qualität haben und risikoarm konsumiert werden können. Und gerade dann auf so Social-Media-Kanälen, die viel von Experts dann abonniert werden, von Nicht-BerlinerInnen, von nicht-deutschsprachigen BerlinerInnen, da verbreitet sich das dann auch total schnell. Und da habe ich es auch besonders gesehen, dass da ganz viel geworben wird auf einmal für Fentanyl-Teststreifen. Und ja, also ich glaube, das ist dann halt so ein Buschfunkt, der unglaublich rasend ist, der teilweise dann auch Narrative reproduziert, ohne dass die Quellen gecheckt werden, ohne dass geguckt wird, dass eine Validität besteht, ob das dann alles wirklich so passiert ist. Und ohne da jetzt irgendeine Einschätzung geben zu können, was genau passiert ist, ist es aber, glaube ich, wichtig, genau zu gucken, wo kommt denn dieses Gerücht eigentlich her. Also vielleicht die wichtigste Frage vorweg, hat denn Amerika ein Problem damit, dass mit Ventanil gestreckt wird? Also da kommt das vor, warum gibt es dann diese Teststreifen? Ja, also in die USA auf jeden Fall und Kanada, da ist es eine Problematik auf jeden Fall bei den Leuten, die Opiate konsumieren. Da ist es ja gar nicht mehr so viel Heroin, sondern auch viel Oxycodon. Also alle von euch, glaube ich, die das jetzt gerade hören, haben was von der Opiatkrise gehört. Und Fentanyl ist halt einfach wesentlich potenter, viel wirksamer. Und dadurch können halt auch Dealer damit mehr Geld verdienen. Und dort kommt es auf jeden Fall vor, dass Opiate, also vor allen Dingen Heroin oder andere opiat-haltige Substanzen, mit Fentanyl gestreckt werden, um sie halt potenter zu machen, um damit halt mehr Geld zu verdienen. Und das ist dort tatsächlich auch eine Krise. Wir sprechen jetzt hier aber noch nicht von Partydrogen. Wir sprechen von Heroin tatsächlich oder von den Pillen, die dann dort verkauft werden. Keine Ecstasy-Pillen, sondern Opiat-Pillen. Genau. Da wäre jetzt erstmal, also momentan geht ihr noch davon aus, dass diese Fehlinterpretation oder Fehlinformationen daraus resultiert, dass die Tests falsch interpretiert wurden. Wie kann das denn passieren? Ja, also ich glaube, die Tests sind gar nicht falsch interpretiert worden, weil die funktionieren ja wie Schwangerschaftstests, positiv oder negativ. Das Ding ist, dass die Teststreifen für Fentanyl nicht für Partydrogen gemacht sind. Die sind zum Testen von Opiaten gedacht, primär Oxys oder halt auch Heroin. Und es kommt auch noch dazu, dass die eigentlich für den Urin gedacht sind. Also man möchte eigentlich einer Person nachweisen, dass sie Substanz XY, in diesem Fall Fentanyl, konsumiert hat. Dafür sind die eigentlich hergestellt worden. Jetzt kann man diese Teststreifen natürlich auch mit einer Wasserlösung nehmen. Das heißt, man löst die Substanz in Wasser auf und hält dann den Teststreifen rein. Wenn wir das jetzt aber mit Partydrogen machen, hat man jetzt rausgefunden, dass insbesondere sehr amphetaminhaltige Partydrogen, was Fun Fact ja auf fast alle Partydrogen zutrifft, dass dann diese Tests sehr, sehr, sehr oft falsch positiv sind. Und man muss auch noch dazu sagen, dass nicht alle Partydrogen wasserlöslich sind. Das geht nur mit wasserlöslichen Substanzen und dadurch kommt es dann halt zu diesen falsch positiven Tests. Die Leute denken, oh Gott, Fentanyl ist in meinem MDMA oder in meinem Amphetamin, in meinem Speed oder whatever. Und dann bricht natürlich zu Recht Panik aus und eigentlich ist das Ergebnis aber negativ, wenn man nochmal richtig testen würde. Und ich habe mich nochmal mit einem Toxikologen unterhalten. Das war eines meiner Beschäftigungen in den letzten Tagen, der dann halt gesagt hat, dass eigentlich die Analyse in einem Labor notwendig ist, dass ein Teststreifen das gar nicht so leisten kann. Damit hast du im Prinzip schon meine nächste Frage beantwortet, ob es Schnelltests gibt, die jetzt valide wären oder komme ich um meinen Weg zum Berliner Drug Checking nicht drum rum? Tatsächlich leider, leider nicht. Und wir wissen alle, dass die Kapazitäten natürlich sehr beschränkt sind. Vielleicht hören das ja auch gerade Leute aus Österreich oder Schweiz oder so. Also bringt eure Substanzen, wenn ihr den Verdacht habt, auf jeden Fall zum Drug Checking. Meldet euch vorher per Mail oder telefonisch und sagt auch an, dass es den Verdacht auf Fentanyl gibt. Und ich meine, wenn wir jetzt schon so bei so kleinen Hinweisen sind, es gelten natürlich auch nach wie vor einfach die Safer Use Regeln. Also wenn ihr eine Substanz erworben habt, die vielleicht anders aussieht als beim letzten Mal, die vielleicht sich anders riecht oder von der Farbe her anders aussieht, vorsichtig antesten auf jeden Fall. Kleine Mengen. Und an der Stelle auch nochmal so ein paar Safer Buying Tipps. Kauft möglichst bei den gleichen Personen. Stellt Fragen. Kauft nach Möglichkeit auch etwas größere Mengen, weil dann könnt ihr das beim Drug Checking testen lassen. Ihr senkt dann das Risiko. Das kann man sich dann mit Freundinnen teilen. Also versucht halt so viele Risiken wie möglich beim Erwerb von illegalisierten Substanzen zu minimieren. Ja, jetzt kommen direkt mehrere Fragen auf, weil leider ist es ja so, dass wir kein mobiles Drug Checking haben. Und du sagst schon so klar, größere Mengen bei einer Person des Vertrauens kaufen, das wäre der optimale Fall. Ich kenne es aber selber, bin im Partyleben leer, kann nur mit dem arbeiten, was man vor Ort hat und will es natürlich dann sofort auch nehmen. So, könnte man theoretisch überhaupt alles mit Ventanil strecken? Also mein Partypep oder weiß ich nicht. Ich habe gehört, nur kristalline Substanzen, ist das richtig? Ja, ich würde sogar noch mal ganz kurz einen Schritt zurückspringen und euch tatsächlich empfehlen, kauft keine Drogen im Club. Macht es vorher, ich weiß, es ist nicht für viele realisierbar, aber macht es vorher, weil ihr seht die Substanzen dann vielleicht auch bei einem anderen Tageslicht oder anderen Lichtverhältnissen. Das passiert dann halt nicht irgendwie in so einer shady Ecke, wo man sich das mal schnell zuschiebt. Vielleicht habt ihr dann auch die Möglichkeit mit der Person, von der ihr die Substanz bekommt, ein kleines Gespräch zu führen. Also ich habe schon so den Eindruck, dass das bei manchen Personen auf jeden Fall möglich ist und dass man ja auch einfach Fragen stellen kann. Und zu deiner Frage, ja, man kann rein theoretisch Fentanyl allen Substanzen beimengen. Es ist scheißegal, ob die kristallin sind oder nicht, man kann es beimengen. Für mich ist aber die Frage, warum sollte jemand, der Geld mit dem Verkauf von Partydrogen verdienen möchte, Appersubstanzen, also die unsere Emotionen heben, die uns wach machen, die uns länger durchhalten lassen, mit einem total krassen Downer strecken. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil dieser Downer halt so hochpotent ist, dass die Leute halt relativ, also bei hohen Dosen versterben können an einer Atemdepression. Und das erschließt sich mir halt noch nicht ganz, ob das tatsächlich so praktiziert wird, also dass Partydrogen mit Fentanyl gestreckt werden. Meine Vermutung wäre tatsächlich eher, dass es so eine Art Verwechslung, dass es eine Art Verwechslung gibt, weil es gibt ja auch ganz viele Leute von euch, die sich schon für den Come-Down dann ausstatten, die nach Hause kommen und vielleicht mit dem Fingerschnippen gerne schlafen wollen, sich runterfahren wollen, weil zu viel von den Appersubstanzen im Blut ist. Und wir wissen ja, dass viele von euch sich halt auch Substanzen im Darknet bestellen, beispielsweise Benzos oder irgendwelche anderen Downersubstanzen, um halt runterzukommen. Und hier besteht tatsächlich ein begründeter Verdacht, dass diese Substanzen, also Substanzen, die euch runterfahren, so wie Benzodiazepine, Xanax, alles was so angstlösend ist und Downer ist, dass da natürlich Fentanyl beigemengt werden könnte und dass es da auch eventuell dann eine Verwechslungsgefahr gibt. Man hat dann zwei Baggies, das eine ist zum Raufkommen und das andere ist zum Runterkommen. Und wie gesagt, Fentanyl total potent und wenn man da mit dem Finger dann mal ins falsche Baggie dippt, ist halt blöd auf jeden Fall. Total potent, bringt mich zum nächsten Gerücht, denn auch die kursieren, ich muss es nur anfassen und dann geht es mir schon mega schlecht. Es gibt Fentanyl, ist es möglich, türstehende Person nimmt jemanden eine Substanz ab, packt rein und ist truff. Also das kommt drauf an, was das für ein Fentanyl ist, weil selbst beim Fentanyl gibt es ja mittlerweile auch schon wieder andere Derivate, weil die Einfuhrbestimmungen für Fentanyl natürlich verschärft wurden im Zuge der Opioidkrise und zum Beispiel auch gar nicht mehr das echte Fentanyl, ich mache jetzt hier gerade imaginäre Anführungsstrichen, verfügbar ist. Das kann sein, dass da dann mal Proben dabei sind, die so potent sind, dass man, wenn man noch nie mit einem Opiat in Berührung gekommen ist, dass es da sofort zu Reaktionen kommen kann, bis hin tatsächlich zum Atemstillstand. Ich sage das jetzt nur, weil das wirklich in der Realität möglich ist. Es sind aber erst mal keine Fälle bekannt, dass das tatsächlich so passiert ist. Ja, deshalb sage ich, es ist halt, ich meine, jetzt, wie gesagt, ohne die Hysterie reproduzieren zu wollen, es geht ja schon darüber, um zu informieren, aber es ist eben, wie du sagst, die Grundannahme bei diesen Szenarios, bei diesen dystopischen Szenarios ist ja, jemand will mir etwas Böses. Und dann würde sich ja deine Frage wieder stellen, was würde das denn für einen Sinn machen, also gerade das mutwillig zu machen. Auf jeden Fall. Und ich meine, es ist schon so, dass gerade in den USA und Kanada beispielsweise Polizistinnen auch grundsätzlich immer Handschuhe tragen, weil es ja das Risiko einfach gibt, dass man sich dort dann mit einer Nadel sticht oder vielleicht dann doch an ein hochpotentes Opiat irgendwie mit der nackten Hand kommt. Aber das ist auch, wie gesagt, eine ganz andere Szene, eine ganz andere Drogenszene, wo die Substanz einfach wirklich auch nachweislich etwas mehr verbreitet ist. Aber auch noch nicht in so einem Ausmaß, wo man jetzt sagt, oh mein Gott, wenn ich eine Ampel anfasse, so einen Ampelknopf, dann falle ich gleich um. Also ich glaube, ernst nehmen sollten wir grundsätzlich immer alle Sachen. Ich glaube, wir müssen halt immer nur so ein bisschen aufpassen. Was ist sinnhaft und was nicht? Das auf jeden Fall. Und dann nochmal so einen kurzen Realitätscheck machen, welche, was wissen wir denn wirklich jetzt konkret, was passiert ist und was nicht und was ist Hörensagen und was ist einfach nur ein Screenshot von irgendwas oder hier eine Story. Das ist wirklich, also es ist einfach das Zeitalter der Globalisierung, Leute. Also Informationen, das geht so schnell. Und da die Übersicht zu behalten, ist, glaube ich, einfach echt schwer. Ja, total. Also gerade auch die, wie du schon sagst, Datenlage dann einfach auch sinnvoll zu interpretieren. Etwas, was ich auch beobachtet habe, ist natürlich dann auch der Drang zu Panikhäufen. Also es gibt ja auch Mittel, denen nachgesagt wird, sie seien so eine Art Antidote für das Opiat, zum Beispiel Nasenspray, wie heißt das? Naloxon. Ganz genau. Muss man sich jetzt eindecken. Ja, jein. Also, wenn du die Person gerade bist, die zuhört und du hast eine Opiatabhängigkeit und du bist vielleicht auch substituiert oder du nimmst regelmäßig Heroin oder andere Opiate, dann macht das auf jeden Fall Sinn, dass du dir so einen Naloxon-Nasenspray holst. Naloxon ist ein verschreibungspflichtiges Medikament, was man sich von seinem Hausarzt, Hausärztin, Substitutionsarzt, Ärztin, whatever, verschreiben lassen kann. Um gegebenenfalls bei einer Opiatüberdosis, also wirklich nur Opiate wie Heroin oder Fentanyl, sich vor einer Überdosis zu schützen. Und dieses Spray funktioniert eigentlich so, dass sofort alle Opiate von den Rezeptoren weggebeamt, weggeboostert werden für eine bestimmte Zeit. Das hängt von der Dosis ab. Und das heißt, Leute, die dieses Spray benutzen wollen, werden dann auch vorher in der Regel in der Drogenberatung oder in einem Konsumraum, wo Leute halt Heroin konsumieren können, unterwiesen, wie dieses Spray zu nutzen ist. Weil mit dem Spray ist es halt nicht getan, einfach nur das Spray benutzen, sondern es muss dann auf jeden Fall halt auch ein Rettungswagen gerufen werden. Und bei sehr krassen Überdosen, also sehr hochpotenten Überdosen, kann es auch sein, dass das Spray dann gar nicht mehr ausreicht. Und es wirkt auch nur für einen bestimmten Zeitraum. Zurück zum Party-Drogen-Setting. Also, ihr habt gerade schon gehört, Leute, die eine Substanzgebrauchsstörung von Opiaten haben, die kriegen das verschrieben. Das heißt, es funktioniert leider in Deutschland nicht, dass jeder, der halt irgendwie in einem Club so eine Lifesaving-Position hat, wie weiß ich, Bouncer in an Awareness oder so, dass die sich einfach dieses Spray besorgen können, weil es halt ein verschreibungspflichtiges Medikament ist, was leider an bestimmte Regularien geknüpft ist. Andrea, ich komme auch so dran. Was ist jetzt? Ich komme auch so dran, was passiert? Natürlich. Also eigentlich, wenn man es falsch einsetzt, kann eigentlich nichts passieren. Es ist halt nur die Frage, wenn wir keine Opiatüberdosis vorzuliegen haben und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wir jetzt einfach eine Person haben, die einen Atemstillstand hat und die Person, die erste Hilfe leistet, verlässt sich darauf, dass das jetzt Opiate sind. Das finde ich halt relativ schwierig, weil dann vergeht wertvolle Zeit. Ich würde auf jeden Fall raten, es kann halt auch eine G-Überdosis beispielsweise sein oder irgendwas anderes, zu viel Kokain, zu viel Alkohol. Woher wollen wir wissen, dass die Person eine Opiatüberdosis hat? Weil es hilft halt nur bei Opiaten, nicht bei anderen Substanzen. So, und ich würde halt tatsächlich empfehlen, die ganz normalen Erste-Hilfe-Regularien zu beachten, dass als erstes bei einer bewusstlosen Person oder nicht ansprechbaren Person die Rettung gerufen wird und die Symptome beschrieben werden. Und die Symptome können zum Beispiel sein, Person ist nicht ansprechbar, Atmung ist flach. Und dann Erste-Hilfe zu leisten. Sollte dann jemand, warum auch immer, so ein Spray irgendwie dabei sein, kann man natürlich probieren, ob der hilft. So, aber aktuell schätze ich das so ein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Spray im Nightlife-Setting in einem Club anschlägt, relativ gering ist. So, also es müsste ja eine Person sein, die eine Opiatüberdosis hat. Und wie gesagt, nochmal, woher? A, wollen wir es wissen? Und die Wahrscheinlichkeit ist auch aktuell sehr gering. Kann ich damit was Schlechtes tun? Weiß ich nicht. Was ist denn jetzt in diesem, kann keine Wechselwirkung mit anderen Substanzen haben? Nee, also soweit ich informiert bin, auf jeden Fall nicht. Aber ich möchte trotzdem nochmal unterstreichen, höchste Priorität hat tatsächlich, die Rettung zu rufen und die Symptome am Telefon ganz klar zu beschreiben. Atemstillstand, Personen, atmet flach. Das seht ihr ja am Brustkorb beispielsweise. Macht doch alle gerne nochmal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs, auch unabhängig davon. Und dann halt wirklich CPR, Mund-zu-Mund-Beatmung und dann immer schön im Rhythmus, stayin' alive, schön die Brustdruckmassage. Ja, dann sind wir jetzt beim Schutz. Das ist meine letzte Frage. Im Prinzip hast du ja die Klassiker schon gesagt, bei Leuten kaufen, denen man eben auch vertraut. Keine Spontankäufe im Club. Es gibt ansonsten nichts, wie ich mich schützen kann. Also jetzt Test-Kits kaufen, das kann ich vergessen. Also na klar kann man diese Tests trotzdem käuflich erwerben. Und wenn mein Glück halt, funktioniert er auch so halbwegs. Aber ich habe es ja vorhin, wie gesagt, schon gesagt. Musste mit Urin. Ja, genau, mit Urin. Und das heißt, die Substanz muss schon konsumiert worden sein und ist dann halt im Pipi. Oder es muss halt stark mit einer Wasserlösung verdünnt werden. Und wie gesagt, nochmal, die Tests bieten keine wirkliche Sicherheit. Also sie sind falsch positiv. Es funktioniert nicht für alle Substanzen. Und klar kann man so einen Test dann trotzdem irgendwie machen. Aber was sagt der denn aus? Und ich würde halt tatsächlich wirklich die krassen Basics beachten. Kleine Mengen antesten. Nur bei bekannten Quellen kaufen. Keine Ausflüge machen in irgendwelche neuen Substanzkosmen. Bis wir die Situation vielleicht so ein bisschen aufgeklärt haben. Und ja, Drug-Checking auf jeden Fall nutzen. Hier in Berlin haben wir natürlich sowieso unser normales Drug-Checking, was aber nicht so schnell geht. Aber selbst Drogeriemärkte verkaufen ja mittlerweile so Schnelltests für K.O.-Tropfen. Und diese Fentanyl-Hysterie erinnert mich auch tatsächlich so ein bisschen an diese Hysterie mit GHB und Spiking, die man vor kurzem immer mal wieder hatte. Und ich finde das so ein bisschen schwierig. Gerade diese Tests müssen dann wieder von gerade den bedrohten Gruppen gekauft werden. Das heißt, natürlich möchte man sich selbst schützen. Aber gerade die, die des Schutzes bedürftig sind, die müssen sich dann noch auch die finanzielle Mitte dafür besorgen, um das zu kaufen. Und wenn man da jetzt, weiß ich nicht, regelmäßig unterwegs ist, dann kommt natürlich schon auch eine Summe zusammen. Und das ärgert mich so ein bisschen. Das ärgert mich auch so ein bisschen, dass am Ende da mit Filmen, von mir aus auch mit einem netten Produkt, am Ende natürlich Profit schlagen aus dem Schutzbedürfnis von Menschen heraus. Absolut. Ich habe da auch mit Andrea so auf dem Privaten schon, weil sie teilt da absolut auch deinen Standpunkt, weil sie sagt, das ist so ein bisschen genauso. Du schiebst die Verantwortung dem potenziellen, ich will es nicht Opfer nennen, zu. Aber es ist genauso wie eine Frau zu sagen, wie du dich anziehen musst, damit du nicht vergewaltigt wirst. Das ist einfach auch der falsche Ansatz. Genau, das kommt noch dazu. Und dann muss ich auch noch die finanzielle Mitte dafür aufbringen, um diesen Extrasept zu gehen. Um diesen Schutz dann wirklich im besten Fall noch mit auszuarbeiten. Und mich ärgert, dass das natürlich auch ein ganz klassisches Konzept vom Kapitalismus ist. Dann ist da eine Marktlücke. Man könnte was produzieren, was Menschen einen Mehrwert bringen würde. Und Schutz und Selbstschutz ist natürlich immer ein super Mehrwert. Da investiert man gerne auch noch mal ein, zwei Euro rein. Und dann natürlich, dass diese Lücke quasi einfach entsprechend aussitzt. Das macht mich so ein bisschen wütend. Und beim Fentanyl-Schnelltest geht das auch in so eine ähnliche Richtung. Ich kann da jetzt gar keinen. Ich überlege nur gerade, wie wir diese Folge zu einem positiveren Abschluss bringen, weil deine Rage-Mode absolut berechtigt ist. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ja, ja. Sprechen wir zum Schluss einfach generell nochmal über dunkle Räume. Indem man sicher ist? Indem man dann hoffentlich ein bisschen sicherer ist. Und zwar macht Christopher Bauder, unser liebster Lichtkünstler in Berlin, mal wieder eine Ausstellung. Und zwar hat die gerade eröffnet. Und zwar Vektor heißt die im Kraftwerk. Wo auch sonst? Genau. Ich war da. Ein paar Highlights findet ihr auf jeden Fall auf unserem Tresentalk-Instagram-Account. Wenn ihr dem noch nicht folgt, dann solltet ihr das jetzt tun. Und ich kann es eben nur empfehlen. Also ich bin ein großer Fan von der Kunst, die Christopher Bauder schafft. Man kann den Mann kennen, weil ihm gehört auch das Dark-Matter-Gelände neben dem Sisyphos. Er hat auch andere Sachen wie Scala zum Beispiel im Kraftwerk gemacht. Das Einzige, was ich finde, was man merkt, ich habe ihm das auch gesagt und ich hoffe, du verzeihst mir, Christopher, ist, dass er viel Event gemacht hat. Also dieses Ganze, ich finde, Scala war viel künstlerischer. Und das ist jetzt so ein bisschen brachial, eventmäßig. Das ist so ein bisschen der Main-Act des Tomorrowlands, kommt gleich auf die Bühne. Aber dennoch, ich empfehle es euch, die Veranstaltung läuft noch bis April. Und mit diesen Worten sehen wir uns dann in 14 Tagen. Hören wir uns bitte. Hallo Sven, du legst ja hier gar nicht auf. Was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feier, bis ich kotze. Bis zum nächsten Mal. J trapped im Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020